sicherlich kennt ihr das doch auch ihr wollt euer handy irgendwie wohin stellen weil ihr euch was anschauen wollt aber es hält nicht so wirklich und wisst nicht was ihr machen könnt in diesem kleinen video will ich euch heute zeigen wie man aus einer einfachen plastikkarte habe ich mir jetzt hier angezeichnet schon mal eine halterung anfertigen kann dazu benötigen wie man schon schön erkennen kann eine plastikkarte und eine schere im ersten schritt ist natürlich sinnvoll so wie ich hier schon mal gemacht habe das ungefähr so anzuzeichnen wie wir es benötigen bloß dabei ist zu beachten dass der obere teil dicker ist als der untere teil und dann schneiden wir daraus ein t so wenn wir das ganze haben dann knicken wir das ganze noch ein bisschen zusammen leichter gesagt als getan so ist das ganze so und dann können wir unser handy darauf stellen und fertig ist die handy halterung mehr gibt es dazu nicht zu sagen und ja viel spaß beim bauen des handy halters und bis zum nächsten mal bei einer weiteren folge von so colin no 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 so so